Und hallo, hallo beim Textlassich-Podcast, hallo Falk, hallo Simon, hallo liebe Zuhörer, ihr habt eingeschaltet zu einem Podcast, in dem wir Text-Adventures spielen. Und ich habe gerade überlegt, ob ich sagen kann, bei welcher Episoden-Nummer wir sind, aber ich habe es vergessen. 230. Ich meinte doch von diesem Spiel. Weniger. Also, wie immer, wenn wir uns wieder treffen, lieber Falk, ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich doch auch nicht. Aber wir können uns das herleiten, denn wir haben uns Notizen gemacht. Ich rezitiere. Frau Berlinger in Klamont-Polizei hat uns zur Wache gebeten, in Klamont-Vormittag-Asmusplatz, aber nicht erwähnt, warum. Nächster Satz. Sie will wissen, was passiert ist. Ja, da hat sie ja gesagt, warum. Unsere Notizen machen schon jetzt überhaupt keinen Sinn. Naja. Das ist ein Trottel, die ihr das letzte Mal aufgeschrieben habt, ey. Echt mal. Wir sind in unserem Bett aufgewacht und haben keine Ahnung. Gestern waren wir noch im Bus. Dann in einer Lagerhalle mit Drogen-Heinis. Dann im Bett. Oh Gott, da sind diese Notizen. Okay, gut. Jetzt sind wir wieder alle im Bilde. Für alle, die jetzt eingeschalten haben, ich würde empfehlen, die erste Episode dieser Staffel zu hören. Es wird sonst sehr verwirrend. Obwohl, naja, eigentlich ist ja die erste wie die jetzige, oder? Stimmt. Wir wachen auf. Stimmt. Ja, ihr könnt eigentlich gleich hier weitermachen. Ihr braucht gar nicht die erste hören. Stimmt, Handy brauchen wir nicht aufnehmen, weil Akkus alle. Genau, genau. So, also, was ist jetzt los? Ah ja, wir liegen im Bett. Warum auch immer. Und das letzte Mal waren wir irgendwie, wir waren, wie war das? Wir waren in dieser Lagerhalle und da waren Kisten, über die wir nicht drüber konnten. Da waren Schlafsäcke drin und komische Dinge sind passiert. Ja, wir haben uns in der Kiste mit den Schlafsäcken versteckt, dass wir rauskommen oder sowas. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir da rausgekommen sind. Naja. Habe ich doch gerade gesagt. Das stimmt. Genau. Stimmt, du hast recht. Wir sind ja da rein. Und dann haben wir irgendwie gewartet und dann hat irgendein Handy gebrummt und dann sind die weggegangen und dann waren wir im Bett oder so. So war das. War halt regelmäßig so. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Schlafzimmer und es ist alles wie, als wir das Spiel angefangen haben. Wir haben ein Regal mit einem Radio und einem Bilderrahmen drauf. Bestimmt ist der Bilderrahmen jetzt anders. Da ist bestimmt ein anderes Bild drin als früher oder so. Ja, und wir haben den ganzen Mist im Inventar, das hatten wir vorher auch nicht. Genau, also unsere Taschen sind voll mit Sachen und bevor wir dazu kommen, es gibt die Küchentür, die Badezimmertür, ein Fenster, ein Bett und den Nachttisch. Genau, und jetzt, also unsere Taschen sind ziemlich voll, muss man sagen. Also man sollte eigentlich schon ein Wort erfinden, was an die nächsthöhere Stufe von voll aussagt. Falk, was ist das? Rucksack? Was? Nein. Sehr voll? Okay, gut. Netter Versuch. Machen wir weiter. Also, du hast Folgendes bei dir, und zwar dein Handy, eine Zeitung haben wir dabei mit Todesanzeigen, noch eine Tageszeitung, Bus-Ticket, Lederjacke, ein Glas rum, ein Bierdeckel, eklige Spielzeugzigarette, ein kleines Stöckchen. Spezial, keine Spielzeuge. Ach so, Spezialzigarette. Blumenerde, Zigarette, also noch eine Zigarette, Haargel, elektrischen Rasierer, eine Schachtel Zigaretten, die offen ist, und ein rotes Feuerzeug, was in der Schachtel Zigaretten ist. Also, wenn ich das jetzt mal so resümieren würde, ich würde sagen, wir sind irgendwie drogenabhängig oder so, weißt du? Ja, und wir sind auch besoffen eingeschlafen, wir haben die Lederjacke noch an. Ach so. Stimmt. Ja, also, schlimm, 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 was wir heute machen. Ja. Ja, 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 ja. Okay, also, ich würde sagen, dass wir irgendwie hinbekommen haben, das Glas rum nicht auszukippen beim Einschlafen mit der Lederjacke. Ja, das steht auf unserem Bauch drauf. Wahrscheinlich, ja, also auf der Stirn. Ich wollte gerade sagen, Vorkopf, aber das ist, glaube ich, Englisch. Vorkopf. Na, sag mal, Vorheit. Ja, ja, ich mag das. Vorkopf finde ich gut. Gut, gut, was machen wir, aufstehen oder? Och, wenn wir gerade liegen. Ich gehe mal ein, steh auf. Es passiert nichts, das Spiel sagt nichts, kein Fehler, keine Bestätigung, nichts. Na, lass uns doch erst mal auf den Nachttisch gucken, bevor man aufsteht, wenn man einen Nachttisch hat, guckt man da erst hin. Ja. Ähm. Eine weiße Schubladenfront setzt sich von unscheinbarem Nussbaumfurnier ab. Der Möbel-Discounter hat ganze Arbeit geleistet. Ja, okay, ich glaube, also wenn nicht irgendwas offensichtlich anders ist als ganz am Anfang des Spiels, glaube ich, können wir uns das schenken. Ich habe jetzt mal versucht, die Schubladen aufzumachen. Ich, Dumi, habe aber gar nicht gemerkt, gesehen, dass die ja schon offen ist. Das heißt, wir sind jetzt wieder in dem Raum von vorhin, aber alles, was wir gemacht haben, ist gemacht schon, glaube ich. Was an sich ja nicht so merkwürdig ist, wenn man später dahin zurückkommt, wo man bereits war, ist es so, wie es halt war, als man noch vorher da war. Ja. Also so weit, so normal. Ja, gut, aber ja, genau. Und ja, aber es ist nicht so normal, dass man in einer Lagerhalle ist und in einem Bus und flipp, flipp, flupp und man weiß gar nicht, wie man da hin und her gekommen ist. Von daher. Ja gut, Simon, das sind jetzt Details. Gut, also, dann würde ich jetzt aber mal sagen, wir untersuchen, nee, oder ich schaue den Bilderrahmen an, weil da würde ich jetzt schon mal gern wissen, ob sich da was geändert hat. Das stimmt, ja. Nee, hat sich nicht. Ein Foto von Melissa. Ja. Melissa ist ja immer noch unsere, ist es jetzt unsere Freundin oder Ex-Freundin? Also weil wir sind ja. Ich glaube Ex-Freundin, aber sie hat uns angerufen und dann war ja keiner dran. Ja. Also wir waren nicht dran, weißt du, weil sie hat uns ja nicht gehört. Ja, waren wir mit ihr zusammen, als wir gestorben sind? Das wissen wir ja noch nicht. Also ich meine nominell zusammen, also nicht an demselben Ort. Nee, ja, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Ich frage mich einfach gerade, wie dieses Beziehungsverhältnis gerade wäre, weil wenn der Mann jetzt zum Beispiel stirbt, dann ist die Frau automatisch eine Witwe. Wenn sich aber dann rausstellt, für dich. Ein Freirat ist schon, ja. Genau, so. Wenn jetzt aber, oder wenn man halt zusammen ist, weil man das so verbal beschlossen hat, dann ist man dann eben nicht mehr zusammen vielleicht oder so. Ich weiß nicht, oder muss man sich da nochmal in Gedanken offiziell trennen? Ich habe keine Ahnung. Wichtig ist das, die Frage. Wenn wir dann feststellen, wir sind ja gar nicht tot, dann sind wir ja eigentlich noch zusammen, oder? Wenn wir direkt vor dem Tod noch zusammen waren, wahrscheinlich schon, müsste man wahrscheinlich im Notfall einfach mal bei Gott nachfragen. Es ist tatsächlich eine asynchrone Beziehung, weil für sie sind wir ja tot und deswegen nicht mehr zusammen. Für uns, wir sind aber immer noch zusammen mit ihr und haben beide gleiche Ansprüche, glaube ich. So. Das Zeitkontinuum zerfällt gleich, Simon. Ich glaube auch. Wenn du weiter Fragen stellst. So, was machen wir denn jetzt überhaupt hier? Wir haben ja offensichtlich schon alles. Oh, wir können aus dem Fenster gucken, oder? Wie wird es damit? Das machen wir gerne. Okay, es ist immer noch ein Parkplatz. Und, oh, warte mal, ein kleiner Junge steht mit ein paar Zetteln in der Hand auf dem Asphalt. Das war früher noch nicht so. Das kann sein, ja. Früher hat es dann auch geregnet, meine ich, ne? Stimmt, das kann sein, ja. Ja. Ja, klick mal den kurzen an. Ähm, schau Junge an. Jungen vielleicht an. Ne, es geht nicht. Das Spiel kennt es nicht. Mach mal kleiner Junge. Manchmal muss man das Adjektiv weglassen, manchmal muss man es extra hinzuschreiben. Kleinen Jungen an. Dein Deutsch wird immer besser von Folge zu Folge, Simon. Ja. Geht aber nicht. Ja. Gibt es nicht. Ja. Also irrelevant. Also. Schön, dass er da steht. Und warte mal, guck mal, untersuche mal den Zettel. Ah, ja. Täter, ah, ja. Geht aber nicht. Ne, 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 ne. Ne, und Asphalt geht wahrscheinlich auch nicht, oder? Soll ich das wirklich versuchen? Ah ja, die zwei Worte kannst du ja schreiben. Ja. Das ist alles Energieverschwendung, Falk. Jeder Tastendruck. So, ähm. Kriegst du nachher noch ein Ferrero-Küsschen. Also. Nochmal umgeschaut. Hier ist nichts. Oh, ja. Wir können das Radio anschalten. Mal gucken, ob da was anderes ist. Stimmt, da mal gehört, dass wir tot sind, ne? So, bitte. Heute, ein Tag vor der Ziehung des Mega-Jackpots, fragen sich unsere Zuhörer, Doppelpunkt. Wird der Gewinner des Mittwoch-Jackpots aus unserer Stadt kommen? Radio 96.3 hält euch natürlich auf dem Punkt, 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 Punkt. Ich höre nochmal, oder? Oder hör Radio zu, oder so, oder lau ich? Nö, mach einfach das gleiche nochmal. Hör Radio. Achso, dann schalten wir das Radio einfach nochmal an. Ach jetzt. Ne, geht immer nur um den Jackpot. Ja, das wäre mal praktisch gewesen hier. Diese ganze Zeitreise oder Ortsreise werden wir wenigstens dann schon mal nach morgen gereist wären und diesen Jackpot, die Nummern da, ach nee. Ich wollte gerade sagen, dafür hätten wir aber in die Vergangenheit reisen müssen, um die Lottozahlen dann zu spielen. Aber es ist ja gar kein Lotto, es ist ja irgendwie so eine Ziehung. Das ist ja, das kann man schlecht beeinflussen, glaube ich. Ja, außer wir können. Sagt man nicht beim Lotto auch, die Ziehung der Lottozahlen und dann fallen die aber eigentlich in Bällen. Das ist komisch, ne? Das ist doch physikalisch komisch. Sieht doch keiner. Total unkorrekt. Wir können höchstens die Zettel in der Ziehurne austauschen, dass die alle dieselbe Zahl haben und das ist dann unsere Zahl oder so. Okay, man merkt schon, ich habe keine Ahnung, wie Ziehungen funktionieren. Ich wollte gerade sagen, dass du überhaupt noch mit Zetteln kommst. Ja, die kann man immer ziehen. Ja, im Gegensatz zu bellen. Eigentlich müsste man sagen, wir rollen heute die Lottozahlen. Wir lassen heute die Lottozahlen fallen. Ja, genau. Also, es wird schon wieder langweilig sein. Ja, jetzt lassen wir es doch mal irgendwo hingehen. Und Zuhörerinnen, möchte ich kurz anmerken. Richtig, Falk. Habe ich letzte Woche falsch gemacht. Ja, also, wollen wir jetzt in die Küchentür rennen oder in die Badezimmertür? Ja. Ich, in Anbetracht dessen, dass ich hoffe, dass wir sowohl die eine als auch die andere Tür kurz bevor wir durchgehen, durch den Türrahmen, die Tür öffnen, würde ich sagen, wir gehen nach, gehen wir nach Westen durch die Küchentür. Okay. Der Geruch unzähliger, lieblos aufgewärmter Fertiggerichte hängt in der Tapete. Du siehst hier eine Küchentür, Osten, eine Wohnungstür, Westen, ein Fenster, einen Tisch und einen Küchenstuhl. Wollen wir einfach mal so ein bisschen wieder glaubwürdig in die Richtung brechen, das wäre jetzt bei mir einfach, dass wir einfach zur Wohnungstür gehen und mal gucken, ob der Junge da unten ist. Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt. Ja, wir können ja vorher mal aus dem Fenster gucken. Oh ja, stimmt. Schau, hier ist ja auch ein Fenster. Mhm. Ähm. Jetzt ist, nee, jetzt ist es, ne. Das blitzend saubere Fenster gibt den Blick direkt auf den strahlend blauen Himmel frei. Ey, keine Wolke ist zu sehen. Ja, ist aber auch schon mal auf jeden Fall auffällig, dass es komplett anderes Wetter ist. Naja, aber... Was soweit allerdings auch nicht unnormal ist, soll sich ja ab und zu mal ändern, das Wetter. Ich gucke nochmal gerade hier, als wir den Jungen gesehen haben. Ja, nee, da stand nichts vom Wetter. Okay, gut. Ähm, ja, wollen wir mal rausgucken, ob wir den Jungen finden und so einen Zettel bauen können? Ich meine, wir haben ja noch nicht genug in unseren Hosenzeichen. Man sieht einen Jungen mit Zettel, was denkt man? Komm. So einen Zettel nimmst du dir. Das ist ja ganz normal. Genau. Okay, jetzt sind wir durch die Tür geschritten. Du öffnest zuerst die Wohnungstür. Wehe. Siehst du? Du beschließt deine... Was denn? Doch, tut mir leid. Du hast genau das Richtige vorgelesen und ich wollte dich jetzt verbessern, dass du bitte das vorliest, was du jetzt gerade vorlesen wolltest. Es tut mir leid. Also soll ich das weiterlesen, was ich bereits vorluß? Ja, bitte. Du beschließt deine Taschen etwas zu entleeren, da dich diese Schlepperei zu nerven beginnt. Finde ich gut. Du verlässt die Wohnung und machst dich auf den Weg zur Haltestelle. Siehst du, es hat alles seine Vorteile, dass man die Jagd nicht auszieht. Kannst direkt los. Tag kann anfangen. Sag doch was von der Haltestelle, wir wollen zu dem Junge. Verstehe auch nicht. Also, die Haltestelle der Straßenbahn. Es ist nicht viel los. Die meisten Menschen dürften schon bei der Arbeit sein. Auch wenn du sie nicht benutzt, fandest du es dennoch sehr praktisch, dass die Straßenbahn direkt vor deiner Tür hält. Einige Plakate kleben an der Haltestelle. Du siehst ja einen Fahrkartenautomat. Die Straßenbahn wird in wenigen Minuten eintreffen, da du sonst nie ihr fährst, hast du dafür keinen Fahrschein und dein Busticket gilt hier nicht. Das ist ja auch komisch. Es gibt doch gar keine Bus- und Bahntickets. Ja, eben. Es ist doch einfach nur ein Ticket. Ja, nee. Ich glaube, es geht hier um eine Monatskarte, oder? Ach nee, stimmt nicht. Wir haben ja nur ein Busticket. Nee, dann macht es doch Sinn. Oder? Ja, aber es gibt doch, also bitte nennen wir eine Stadt, in der es ein explizites Busticket gibt, das es nicht erlaubt, die Tram zu nutzen. Also ich bitte dich. Ja. Es ist doch alles bloß noch distanzabhängig und nicht mehr, äh, ist egal. Vielleicht ist das einfach nicht so modern jetzt hier. Kann ja sein. Es klingt, vielleicht spielt es auch in den 80ern oder so. Man weiß es nicht. Also, ähm. Warum fahren wir jetzt nochmal hier? Wohin fahren wir jetzt gerade? Ich hab keine Ahnung. Es ist ein bisschen komisch, ne? Wir sind natürlich ein bisschen verfrüht rausgegangen. Vielleicht hätte man noch ein bisschen in der Wohnung bleiben müssen. Dann hätte man das vielleicht rausgefunden. Mir ist auch nicht ganz klar, warum wir jetzt gleich mit der Bahn fahren wollen. Okay, schauen wir. Ah ne, Moment mal. Hey, hallo. Ja? Hallo. Es ist immer zu spät, Simon. Wir müssen das mal, wir müssen das besser spielen irgendwie. Ach ja. Natürlich wollen wir hier zur Polizei. Hier, ich hab den Namen vergessen. Oh mein Berlinger. Okay. Dann benutzt, genau. Benutz mal den Fahrkartenauto. Nein, wir gucken erst mal die Plakate an, oder? Pff. Ja. Ja, gut. Ja, stimmt. Vielleicht wären wir schon gesucht. Die Plakate, warum will ich denn immer Plakete sagen? Die Plakate weisen auf den Poetry Slam im Romeo hin. Immer samstags, darunter der kleine Hinweis, dass sich jeden Montag der Debattierclub der Philosophischen Fakultät trifft. Schön. Okay, gut. Dann, benutze Fahrkartenautomat. Ne? Das machen wir jetzt. Es wäre super, wenn dieses Spiel jetzt einfach die nächste halbe Stunde sich darum dreht, wie man ein Ticket zieht, weil das durchaus realistisch ist bei den Fahrkartenautomaten, die es hier in Deutschland gibt. Und man muss immer zwei Zentimeter daneben touchen, damit der Cursor direkt dahin klickt, wo man eigentlich hin kann. Genau, und die haben mehr. Gut, also Fahrkartensystem 3000. Oh, ja, das ist schön. Fahrkartensystem 3000. Bitte geben Sie Ihren Zielort ein. Ähm. Tippen Sie Stopp ein, um den Vorgang abzubringen. Okay, warte mal. Wir müssen in die Asmusstraße. Asmusplatz. Asmusplatz müssen wir. Asmusplatz. Kurzstrecke zu Asmusplatz. Bitte werfen Sie drei Euro rein, um das Ticket zu drucken. Okay. Drei Euro für Kurzstrecke. Haben wir Geld? Heidewitzka, du. Haben wir Geld? Nee. Wir haben gar kein Geld. Haben wir was, was wir da reinwerfen können? Hm. Hier, warte. Wir untersuchen mal die Jacke. Ah, ich wollte gerade sagen, wie dieses Busticket wahrscheinlich ist. Einfach in der Leder. Ja, genau. Mal gucken. Oh, nee, ist nix. Ähm. Da steht, in der Inntasche ist nichts. Ja gut, vielleicht Außentasche. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Aber die wird jetzt nicht explizit erwähnt. Ähm. Können wir mit Handy zahlen? Nee. Ja. Ähm. Ähm. Nutzte Handy, mach ich mal. Nee. Das geht nicht. Wie genau? Fragt das Spiel. Wahrscheinlich müssen wir jetzt sagen, ruf jemand an. Aber das ist ja. Woher kriegen wir denn das Geld? Kein Geld. Wir hätten zu dem Jungen gehen müssen, weil der hat bestimmt Geld. Dann hätten wir ihm das wegnehmen können. Er hatte erst mal nur Zettel. Wie früher in der Schule. Ähm. Können wir irgendwas machen? Nee. Tipp mal Stopp ein, glaube ich. Oder, ach nee. Machen wir gar nicht mehr. Nee. Ja, lass mal. Aber warte mal. Geh mal, geh mal, geh zu Haustür. Mach mal, geh zu Haustür. Vielleicht haben wir wirklich irgendwas vergessen, irgendwie auf dem Tisch oder so. Nee, das geht gar nicht. Oder so, nee. Mist, jetzt haben wir bestimmt was zu Hause vergessen. Nee, das ist das, nee. Also die Haustür wird zwar hier im Text erwähnt, also vor der Haustür steht die Haltestelle, aber wir können nicht dahin gehen. Also geh nach Hause. Nee. Das geht nicht. Was, wie da stand das mit den drei Euro da? Ja. Wirf drei Euro ein oder was stand da? Ich will, ja, ich will noch eine Sache ausprobieren bevor das. Schau hin der Fahrkartenautomat. Na, da ist aber nix. Okay, ich gehe nochmal, also ich tippe nochmal auf den Fahrkartenautomat. Ah, der ist bereits an. Genau, ja, schön. So, was ist das jetzt? Die Straßenbahn kommt direkt neben dir an der Haltestelle zum Stehen. Einige Menschen verlassen die Waggons. Ein Kontrolleur stellt sich neben dich an den Automat. Und, ist er kaputt oder hast du kein Geld? Murmelt er und deutet auf das Display. Nein, nein, alles in Ordnung. Entgegnest du und machst einen Schritt zurück. Gut. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich Geld vorgelesen, ne? Ich habe mich schon gewundert. Da steht Geld. Ja. Also, ne? Gut. Manchmal sind die verstopft und dann können die Leute keine Tickets kaufen, weißt du? Aber dann lassen wir die auch mal so mitfahren. Sind ja keine Unmenschen. So in diesem Sinne, bis denn, nickt dir der Kontrolleur zu und verlässt die Haltestelle in Richtung einer Seitenstraße. Ah ja, was? Komm, aber cool einsteigen. Ja, der Kontrolleur geht. Er hat ja auch Arbeitszeit. Na, ach du meinst, er hat gerade, oder hat er einfach keinen Bock mehr, oder? Na, Schichtdienst, Junge. Okay. Es ist morgens um 9.31 Uhr, was ist das für eine Schicht? Ja gut, der hat acht Stunden lang, äh, in der Nacht Partygänger aus der Bahn geworfen und jetzt ist halt erstmal, jetzt wirft er sich nach Hause. Steigt in Straßenbahn. So, das kannst du ja nicht sehen. Wie, was? Ich dachte, die ist gerade neben uns. Stimmt. Ähm. Hä? Steig ein einfach nur? Ne. Das geht nicht. Moment mal, jetzt steht aber, wenn du dich umschaust, steht die Bahn aber auch nicht mehr da. Ne, die ist schon weitergefahren. Mist. Dumme. Aber das war ein Hinweis, ne? Hier, der hat ja gesagt, manchmal, hier, wenn der verstopft ist, ne? So, das heißt, wir müssen den jetzt verstopfen. Gucken wir nochmal an unsere kleine... Bist ein Fuchs. Ja, äh, äh, wir müssen, aber womit? Also, wir haben ein Handy, eine Tageszeitung. Mit der Tageszeitung wahrscheinlich. Stopfen wir da jetzt echt... Ja, im Notfall halt das Busticket oder halt die Zigarette. Kann man aber mit der Tageszeitung anfangen. Busticket. Okay. Steck Zeitung in Fahrkartenautomat oder was? Ah ja. Das will ich mal sehen, wie das... Guck mal. Der Fahrkartenautomat ist weder ein Behälter noch eine Ablage. Ja, das wissen wir auch, aber trotzdem müssen wir das ja irgendwie verstopfen. Untersuch den Fahrkartenautomaten erst mal bitte. Fahrkartenautomaten. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche Details wie Münzschlitz oder so. Der einschaltbare Fahrkartenautomat für die Tickets der Straßenbahn. Der Fahrkartenautomat ist im Moment an. Schalt. Machen wir einfach aus. Wieso kann man den einfach ausschalten? Fahrkartenautomat aus. Okay, wir haben ihn ausgeschaltet. Was ist das für ein Fahrkartenautomat? Problem gelöst. Genau. Jetzt warte auf Bahn. Warte. Die Zeit versträcht. Auf. Das ist auch geil. Du hast jetzt gerade nochmal, also jetzt für unsere Zuhörer, nochmal den Fahrkartenautomat untersucht. Da steht, der einschaltbare Fahrkartenautomat für die Tickets der Straßenbahn. Der Fahrkartenautomat ist im Moment aus. Ja. Gab es früher bei Windows im Windows Explorer. Stand unten drunter Online-Status offline. Das haben sie bei Windows 10, glaube ich, irgendwann auf Status Doppelpunkt online oder offline gemacht. Aber gab es jemals Fahrkartenautomat, die man manuell einschalten musste, bevor man sie benutzt? Als User bestimmt nicht, ne. Das wäre ja sinnfrei. Also die sind natürlich nett zum Strom sparen, aber ich verstehe das nicht. Was müssen wir denn jetzt machen? Warten? Ja. Warst du schon da? Warte, die Zeit versträcht. Wir warten einfach, bis die nächste Bahn kommt. Meinst du? Na, stand doch da. Die Zeit versträcht. Ja, klar. Aber ich meine, ich mache jetzt hier mal zehnmal warten. Da passiert gar nichts. Wie oft kommen hier die Bahnen? Gibt es ja irgendwie einen Plan da? Also so ein, wie heißt das? Halte? Ne. Wie heißt das? Halte? Plan? Äh, ja. Fahrplan. Untersuch nochmal den Automaten. Nochmal? Naja, irgendwas müssen wir mit dem Automaten machen, sonst ist ja nichts da. Er ist im Moment aus. Die Bahn nicht kommt, wenn wir warten. Hm. Na, machen wir nochmal an. Das führt doch zu nichts. Schalt Fahrkartenautomat an. So, was ist das jetzt hier? Achso, ja, okay. Er ist jetzt an und wir können jetzt, achso, wir können jetzt eingeben, wohin wir wollen. Das war der Asmusplatz. Wieso kostet diese Kurzstrecke eigentlich drei Euro? Das ist schon ziemlich teuer. Oh, vielleicht können wir jetzt was reinstecken. Weißt du? Ja, stimmt. Weil jetzt verlangen wir ja nach dem Geld. Das stimmt. Steck Zeitung in Automat. Ähm, okay, das geht nicht. Steck, steck Zigarette in Automat? In Fahr, ich mache mal Fahr, Karten, Automat. Das geht nicht. Was haben wir denn noch? Wir können reinstecken in die Zigarette und Feuerzeuge. Das Bus-Ticket. Wir können doch jetzt nicht an so einem blöden Ticket scheitern. Können wir nicht einfach das Bus-Ticket vorzeigen? Können wir schon. Nee, das geht alles nicht. Es fühlt sich gerade genau wie die Bedienung eines echten Fahrkartenaufwandler. Genau, das stimmt. Also, ähm, ich habe das Bus-Ticket nochmal untersucht. Da steht nur das Monats-Ticket für den öffentlichen Busverkehr. Hm. Okay. Können wir die Zigarette, also den Tabak da reinbröseln in den Münzschlitz oder so? Aber gibt es ja auch nicht, ne? Wie verstofft man denn so ein Ding? Da muss ja... Können wir da vortreten? Tritt oder was? Fahrtenautomat, ja? Ich habe ja, ähm, genau das auch. Oh, nee, Gewalt ist keine Lösung, steht hier. Aha. Das stimmt gar nicht. Jetzt kommt aber schon wieder die nächste Bahn. Jetzt kommt die nächste Bahn. Puh, nicht schlecht, fast eine Stunde vergangen. Und es kommt wieder ein Kontrolleur raus, der wieder in eine Seitenstraße geht. Was ist in dieser Seitenstraße? Und was machen die Kontrolleure da alle? Aber er sagt doch direkt, die müssen... Manchmal sind die verstopft. Ja, ich frage mich vor allem, warum sagen wir denn nicht einfach mal, Ja, ja, der ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Oder sowas wie, ja, ich brauche Hilfe. Aber nein, wir sagen einfach nur, nee, alles in Ordnung. Nix ist in Ordnung. Wir haben kein Geld. Und wir müssen den irgendwie verstopfen. Und der Automat ist auch nicht einmal verstopft. Äh, pff. Wie verstopfen wir den Automaten, der nicht verstopft werden will? Machst du bitte nochmal das Inventar auf? Ja, und wir können ja noch nicht mal was reinlegen. Hier, wir machen mal Folgendes. Verstopf-Automat. Vielleicht geht das damit irgendwie. Diesen Satz habe ich nicht verstanden. Verstopf. Fahrkarten-Automat. Nee, das geht nicht. Okay. Oder hier, leg. Das wird wahrscheinlich auch alles nicht funktionieren. Ich kann dir empfehlen, Fahrkarten-Automat mal zu markieren und zu kopieren. Dann musst du es nicht immer eintippen. Wie geht das? Clever, ne? Nee, ich kann hier gar nichts. Was? Echt nicht? Ich kann doch hier nichts markieren. Ich mache mal einen Test. Das ist ja ein Windows-Text-Parser-Ding. Also, Fahrkarten-Automat. Das kopiere ich jetzt in die Zwischenablage. Zack. Und jetzt kann ich das hier einfügen. So. Jetzt leg. Heißt das Zwischenablage? Ja. Leg. Zeitung. Ich verschreibe mich dauernd. Zeitung in. Und jetzt einfügen. Zack. Fahrkarten-Automat. Boom. Es geht aber nicht. Er ist kein Behälter oder eine Ablage. Was überhaupt nicht stimmt. Er ist in doppelter Hinsicht eine Ablage. Weil da sind Tickets drin, die rauskommen und Geld geht rein. Ein Fahrkarten-Automat ist eine Ablage. Wenn nicht das eine Ablage ist, was ist es denn sonst? Mann. Wollen wir die Tageszeitung? Vielleicht ist die einfach zu groß. Ach komm, ich lese mal kurz die Zeitung. Vielleicht steht da sowas drin wie, hey, der neueste Trick, wie man Tickets kauft. Oder vielleicht ist da ein Ticket drin oder irgend sowas. Die Tageszeitung von Freitag. Wir haben Feuerzeug dabei. Können wir wieder irgendwas anzünden? Ja. Ja komm, wir machen das einfach. Zünde. Fahrkarten-Automat an. Das ist zu gefährlich und wenig sinnvoll. Und wenn wir die Zeitung anzünden und dann in den Automaten legen? Zünden. Kann ja auch sein. Zeitung an. Ne, das geht auch nicht. So, schau dich um. Die Haltestelle der Straßenbahn. Untersuchen wir mal die Haltestelle. Haltestelle. Zack. Okay, passiert nichts. Kommt derselbe Text. Es ist nicht viel los. Die meisten Menschen dürfen schon bei der Arbeit sein. Die Plakate, die sind so hervorgehoben. Nimm Plakate. Können wir nicht mit dem? Ich untersuch die nochmal. Weil die sind, ich meine, warum ist das so hervorgehoben? Aber es gibt wirklich immer nur dieser Hinweis auf den Debattierclub. Können wir nicht das anzünden? Wir haben irgendwas vergessen. Meinst du? Aber das hat doch bis jetzt immer hervorragend funktioniert. Ja, vor allem, weil er vorhin nochmal unser Inventar geleert hat. Genau. Und ich meine, wir haben ja. Aber wir haben ja nichts. Also wir können die Zeitung höchstens noch zerknüllen. Aber das bringt ja auch nichts. Ich meine, wenn es am Zustand der Zeitung liegen würde, dass wir sie jetzt nicht benutzen können, dann wäre die Aussage, dass es kein Mülleimer ist, irgendwie sinnfrei. Dann müsste er ja irgendwie, oder wäre es nett, wenn das Spiel sagen würde, hey, so funktioniert es nicht oder so. Ja, genau. Und bisher war es ja auch immer, ich meine, es gab ja sogar mehrere Items, die man nicht mitnehmen musste, aber mitnehmen konnte, um alternative Sachen zu machen. Von daher denke ich mal, ist das schon durchaus geplant. Ich untersuche mal die eklige Spezialzigarette. Vielleicht ist da, war da nicht noch irgendwas drin? Spezial, irgendwie Kleber oder sowas? Vor allem, als wir vorhin raus sind aus der Tür, bevor der die Taschen gereinigt hat, hatten wir noch ein Stückchen in der Hand. Genau. Oder im Inventar. Das wäre jetzt... Das wäre jetzt gut. Wir können ja nicht wieder zurück... Münzfachpopeln. Ja, das stimmt schon. Untersuche... Ja, ich untersuche mal Schlitz oder so, ob da... Untersuche Münzfach... Münzschitz. Gibt es aber nicht, ne? Ne. Tritt. Haben wir schon dagegen getreten? Ja, ne? Jo, 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 jo. Ich mache es aber nochmal. Man weiß ja nie. Ey, irgendwann machen wir einen Text-Adventure, wo Gewalt eine Lösung ist. Damit dieses Spiel nicht... Und zwar die Einzige. Man muss alles treten. Man muss alles einmal treten. Können wir nicht einfach laufen? Mittlerweile schon. Wir stehen hier schon anderthalb Stunden. Ne. Aber es stimmt. Eine Sache, die mir da einfällt, wir könnten ja unser Handy versuchen zu nehmen und die Polizei anrufen und sagen, hey, wir kommen später. Ne, wir können sagen, wir brauchen mal drei Euro, sonst kommen wir... Ja, oder so. Gar nicht. Ruf Polizei an. Warum solltest du die Polizei anrufen? Du hast doch schon einen Termin. Valider Punkt. Ja. Weil wir den nicht wahrnehmen können. Weil wir... Ne. Oh, warte mal. Lies mal das Busticket. Geh in Seitenstraße, mache ich mal. Ach Mist, geht's nicht. Wir hätten den ja erfolgen können, den Kontrolleuren, aber ne. Ach so. Ich dachte, das wäre es jetzt nicht. Ne. Schalte Fahrkartenautomat an. Ja, der ist bereits an. Benutze Fahrkartenautomat. Stimmt. Okay, das ist okay. Warte mal. Das Einzige, was wir mit dem Ding machen können, ist aus- und einschalten. Aus- und einschalten. Wenn wir den ausschalten, was kann man dann machen? Nichts. Nein, pass auf. Was? Schalt den einfach aus. Ja. Fertig. Und dann müssen wir nochmal so tun, irgendwas machen, Zeitung lesen oder sowas. Und nach dem Zeitung lesen kommt vielleicht wieder die Bahn. Ach so. Das ist es. Das muss es sein. Ja, wir sind voll Trottel. Ah. Ist aber auch Spätfreitag. Damit der kaputt aussieht oder was? Ja, das ist vielleicht schon das Einzige, was? Ja. Ich weiß nicht. Lies mal Zeitung oder so. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, damit die Bahn wiederkommt. Ja. Oder Rauch. Jetzt mal warte. Zigarette. Weil dann kommt auch mal die Bahn. Immer wenn man eine Zigarette hat. Oder Sachen, die doch so, ne. Aber nee, hier kommt immer noch keine Bahn. Ja, kommt nicht sofort. Warte auf Straßenbahn. Nee, das geht nicht. Okay. Machen wir. Warte. Ich mache jetzt einfach 10.000 Mal. Warte, 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 warte. Es ist schon wirklich eine Stunde später und die Bahn kommt immer noch nicht. Ich weiß nicht, wann hier die Bahn kommt. Untersuche Fahrkarten. Lass uns nochmal irgendwas Sinnloses versuchen, in den Fahrkartenautomat zu stecken. Ja. Nee. Aber warte, ich rolle mal nochmal hoch. Was haben wir denn gemacht, bevor der letzte Kontrolleur kam? Das war, ah ja, hier. Das war Trittfahrkartenautomat. War also doch eine Führung. Ja, nee, ja, stimmt. Wir haben irgendwas einfach gemacht. Ich glaube, gefühlt ist das random. Dann treten wir den jetzt einfach nochmal. Trittfahrkartenautomat. Meinst du das ist? So, dann untersuche mal deine Jacke. Zieh Jacke aus. Komm, wir ziehen die mal aus. Hier ist ja auch warm. So. Haben wir die ausgezogen. Ein bisschen doof. Wann kommt diese doofe Bahn? Untersuche Busticket vielleicht. Wie ist Busticket? Kann das sein, dass das nur kommt, wenn man sich versucht, an diesem Automaten zu bedienen? Oder nee, das kam doch immer dann auch, wenn man den Automat bedient und dann eingeht, wohin man will und dann kam plötzlich die Bahn. Stimmt, machen wir jetzt. Benutze Fahrkartenautomat. Okay. Benutze Fahrkartenautomat. Hä? Jetzt geht der an. Wir haben ihn da rausgemacht, aber er ist anscheinend irgendwie an. Vielleicht müssen wir jetzt Stopp eingeben. Also wir dürfen nicht eingeben, wohin wir wollen. Wir müssen jetzt Stopp eingeben, damit er abbrechen und... Ah, okay. Der schaltet sich aus. Der schaltet sich automatisch aus. Hier steht, ich habe Stopp eingegeben und dann steht da, vielen Dank. Der Automat schaltet sich nun aus. Das ist natürlich ein Problem, weil das bedeutet, dass der Zustand des Fahrkartenautomats, das ja aus ist, ist kein ungewöhnlicher und dementsprechend wird der Kontrolleur da keine Augenbraue lupfen und sagen, uiuiui, der sieht aber kaputt aus. Er sieht einfach nur aus aus. Toll. Unser ganzer Plan ist dahin. Richtig spannend. Ja, es wird eine super Folge. Ja, und was habt ihr so gemacht? Ja, wir haben ein Ticket versucht zu kaufen. Ich stelle dir vor, wie das in Wirklichkeit aussieht. Wir stehen so wie so ein Trottel davor, wissen, dass wir kein Geld haben, um so doof den Fahrkartenautomaten zu verstopfen. Ständig kommt jemand vorbei, der sagt, stopf doch mal den Fahrkartenautomaten zu. Ei, ei, ei. Können wir nicht einfach auch in die Seitenstraße gehen? Da ist ja anscheinend irgendwas Cooles. Tipp mal ein, Folgekontrolleur. Vielleicht ist die Logik noch da. Okay. Folgekontrolleur. Wahrscheinlich nicht. Ist das Spaß? Okay. Haben wir schon die Haltestunde sucht? Benutze Fahrkartenautomat. So. Ich gebe jetzt noch. Hier, oder wir geben mal was anderes ein. Was können wir denn? Tipp mal ein Bank. Obwohl, das ist ja keine Station. Nee, hier. Zu Hause will ich. Ich will nach zu Hause. Aber das, okay, das geht nicht. Ja. Ja, bitte Zielort eingeben. Ich glaube es nicht. Naja, der einzige, den wir eingeben. Polizei oder so? Polizei. Wir wissen ja eigentlich, dass, naja, nee, ist Schwassen. Wir wissen ja, dass die Polizei Asmus Platz ist. Also Asmus Platz. Bitte werben sie drei Euro ein. Ja, tipp mal ein, wirf drei Euro ein. Na, oder jetzt ausschalten. Oder wirf Zeitung ein. Wirf Zeitung ein. Äh. Okay, das darfst du jetzt vorlesen. Ich verstehe es nicht. Also du hast getippt, wirf Zeitung ein. Dann kommt die nächste Zeile in Klammern. Das Handy zu. Aber ein Wort. Klammer zu. Und dann witzlos. Punkt. Okay, aber das heißt, dein Vorschlag, das Verb wirf zu benutzen, ist ziemlich gut, weil jetzt sagt er nicht, dass es kein Behälter ist. Das heißt, wir können jetzt... Wirf Zigarette ein. Ja. Wirf Zigarette ein. Witzlos. Handy zu. Witzlos. Muss ich schon alles vorlesen. Handy zu. Witzlos. Das ist eigentlich ein schöner Vorname. Handy zu. Ja. Handy zu. Ein Wort, das klingt ein bisschen asiatisch. Wie die... Der große chinesische Hersteller Handy zu hat entschieden, im europäischen Bereich Fuß zu fassen. Äh, genau. Äh, welchen? Welchen? Pfff. Mensch, Spike, du hast ja heute die Gag-Kanone gezündet. Wirf Busticket ein. Oh ja. Wirf Busticket ein, ja. Es ist ökologisch... Äh... Es ist auch Handy zu. Ach nee, jetzt kommt schon wieder der Kontrolleur mit der Bahn und so. Jetzt hier, Folgekontrolleur. Okay. Also der Kontrolleur kam wieder und hat uns... Ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Ja. Gut, manchmal sind die verstopft und dann könnt ihr Leute keine Tickets kaufen, weißt du? Aber dann lassen wir die auch so mitfahren. Sind ja keine Unmännchen. Bis denn. Nicht der Kontrolle zu. Guck mal hier. Kein Geld oder kaputt murmelt er und deutet auf das Display. Ja. Zerschlagen, guck mal das doch. Nee. Oder weißt du, was wir machen? Wir geben ein, wirf Geld ein oder so und dann sagt das Spiel, ja, aber du hast ja gar kein Geld und dann geht's weiter oder so. Boah, wenn's das wäre, ne? Also, machen wir das so. Klapp ich sofort mein Rechner zu. Benutzt du Falkartenautomat? Warte. Benutzt... Nee, das geht nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Was muss man eingeben, damit wir den benutzen? Benutzt der Falkartenautomat? Wie geht das denn jetzt hier nochmal? Da ist doch gerade. Ja, eben, aber es geht nicht. Achso, ich scroll so. Da, der Falkartenautomat ist bereits an. Ich dachte, du tippst ein, aber du scrollst ja hoch. Also, schalte Falkartenautomat aus, ja. So, und jetzt benutzt der Falkartenautomat. So, genau. Also, das ist auch geil. Man muss ihn erstmal ausschalten, um ihn dann zu benutzen und dann geht's. Dann begrüßt er uns mit Falkartensystem 3000. Okay. Ja, an- und ausmachen. So, Asmusplatz. Boom. Und jetzt wirf Geld ein. Nee, geht nicht. Wirf drei Euro ein. Wirf drei Euro ein. Hier kannst du nur ein Objekt angeben. Ja. Drei Objekte gerne. In Form von Euros. Wirf Geld ein. Das habe ich doch da oben schon geschrieben. Achso, tschuldigung, ja. Wirf. Das, Simon, keine Ahnung. Das ist doch, schsch. Wie bitte, fragt er. Stopp. Ja, schreibe ich aber auch, du. Stopp, halt. Nee, halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. So geht das. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, wir sind im Dead End, Simon. Meinst du? Naja, guck mal. Die Folge ist jetzt fast dreiviertel Stunde lang. Und wir stehen vor einem Scheißautomaten. Wahrscheinlich hat er nicht mal ein Touch-Bitino. Hier, genau. Hier machen wir die letzte Idee noch. Also die, die wir jetzt so spontan angeben. Mit dem Display. Zerschlag Display oder sowas. Obwohl das Display ja gar nicht irgendwie als Objekt erscheint. Schlag? Nee, Schlag-Facke-Automaten, ne? Nein, Zerschlag. Achso. Gewalt ist aber keine Lösung, Falk. Naja, stimmt. Hier, ich habe eine Idee. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich drücke ein Restore. Also wir laden nochmal das Save-Game. Weil das, wir haben ja nichts gemacht, ne? Wir liegen jetzt also wieder am Bett. So, also kleiner Zeitsprung. Und der ist jetzt aber von uns herbeigeführt und nicht vom Spiel. So. Und jetzt ist es ja so, dass wir da im, 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 hier sind, in der, äh, im, im Dingsbums. So. Und dann können wir hier nochmal schnell die Zimmer abchecken, ob hier irgendwas ist, was wir in diesem Fahrkartenautomat hätten werfen sollen. Das stimmt. So. Küchen, gehen wir zur Küchentür und da ist ein Tisch. Genau. Haben wir auf den Tisch vorhin geguckt? Bestimmt nicht. So. Untersuchung Tisch. So. Ähm. Ein günstiger Tisch vom gleichen Möbel-Discounter, von dem du auch den Nachttisch hast. Auf ihm siehst du nichts. Okay. Dann gibt es ja noch den Küchenstuhl. Mal sehen, was das ist. Ähm. Ah ja. Auf der Sitzversicht des Stuhls siehst du ein paar Fußabdrücke, vermutlich, weil du ihn nutzt, um in das Dachfenster zu kommen. Ja, das kennen wir ja schon. Da haben wir uns ja schon in der ersten Folge drüber gewundert. So. War hier nicht mal noch ein, ähm, Kühlschrank? Ähm. Steht jetzt gar nicht da. Ja, ne. Weißt du, aber die Brotkrümel haben wir da gefunden. Ne, war das nicht im Ofen oder so? Oder Ofen? Na gut. Okay, egal. Gehen wir mal wieder zurück nach, ähm, wieder ins Schlafzimmer. Und hier haben wir, ähm, das Bett. Ich schau mal unter dem Bett. Schau unter dem Bett. Nicht, dass da Geld liegt oder sowas. Ähm. Ein kaputtes Ladekabel. Das können wir vielleicht in den Automaten stopfen. Ähm. Ne, man kann das nur hier, muss das hier liegen lassen. So, also Küchentür, Badezimmertür. Nachttisch. Den Nachttisch haben wir ja schon, da haben wir schon in die Schublade geguckt. Ach so, ne, warte mal. Wir haben nicht in die Schublade geguckt. Wir haben nur, ähm, die öffnen wollen und dann war die schon offen. Schau. Ja, aber dann untersuch nochmal den Nachttisch. Ah, ne, Schublade ist leer. Okay. Ja. Okay, so, was haben wir noch? Bett, genau. Ähm, das Bett kann man auch nochmal direkt angucken. Vielleicht steht dann sowas wie da, in der Ritze zwischen den Matratzen sind Geldstücke. Aber nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nur ein großes Bett. So, und dann haben wir noch eine Badezimmertür. Gehen wir mal dort rein. So. Mhm. Was haben wir hier? Ähm, äh, nicht mal eine Badewanne hast du, um darin zu liegen, während der Regen auf das Dachfenster prasselt. Äh, die Wertschätzung solcher romantischen Dinge sind wohl, äh, auch eher Frauen wie Melissa vorbehalten. Hä? Okay, okay. So, dann haben wir hier, ähm, Dusche, Toilette, Schrank, der leer ist. Und ein Spiegel und ein Fenster. Äh, wir können mal in den Spiegel schauen, mal gucken. Du hattest schon bessere Tage, keine Frage. Eigentlich bist du bloß, äh, bist du recht unscheinbar, durchschnittlich. Bad, Figur, ja gut, hatten wir auch schon. Ist egal. Mhm. Gut, dann, äh, können wir nur mal aus dem Fenster schauen. Schauen wir mal aus dem Fenster, hier ist auch ein Fenster, ne? Genau, ähm, genau, strahlend blauer Himmel, alles cool, ähm, kein Problem. Hätten wir drei Euro, wäre es eigentlich ein schöner Tag, ne? Wäre ein schöner Tag, genau. So, das heißt, wir haben jetzt hier alles durchsucht, ähm, und, äh, es ist nichts zu finden, was uns helfen würde. Von daher haben wir jetzt nicht, keinen groben Fehler gemacht, würde ich sagen. Nee. Und das ist der fechte Kabel hier. Äh, wir können auch mal Schalterradio an nochmal machen, aber da kommt ja auch, ich mach das mal mehrmals. Nee, das ist auch nur dieser Jackpot. Vielleicht müssen wir diesen Jackpot, ne? Ähm, und dort Geld, äh, holen, dann. Aber wir wissen ja nicht, wo der Jackpot ist. Ja, das hätten wir ja auch, ja, also. Genau. Wahrscheinlich kommen wir da auch nur hin mit der Bahn. Schau dich an, äh, nee, nicht schau dich an, sondern schau dich um. So, das heißt, wir müssen jetzt, äh, in die Küche gehen und von dort dann in, ups, äh, von dort dann in die Wohnung, aus der Wohnungstür raus, ne? Also, was anderes gibt's hier nicht. Nee, stimmt. Ja, denn der Tisch ist ja leer, der steht, so. So, also gucken wir nochmal raus. Warte mal, ja, ja. Ja, und jetzt sind wir wieder an der Haltestelle. Guck nochmal bitte ins Inventar, was wir jetzt haben. Untersuche Lederjacke. Da muss was drin sein, das geht auch gar nicht. Nee. Untersuche, wie heißt das, was an so einer Jacke dran ist? Tasche, nee, doch, ne? Jackentasche. Jackentasche, genau, Jackentasche. Nee, gibt's aber nicht. Hat die nicht. Wir können die schütteln und dann fällt vielleicht was raus. Mhm. Ähm. Wir, wir fallen heraus. Ja, also das, was, keine Ahnung, das Einzige, was mir jetzt nochmal einfallen würde, ist zum Beispiel die ekelige Spezialzigarette, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was wir da eigentlich reingetan haben, aber war da irgendwie Kleber drin oder so? Erde, glaube ich. Öffne Spezialzigarette. Aber Spezial wird mit A geschrieben. Hm, ich habe Spezialzigarette gemacht. Okay, wir können die nicht öffnen, aber wir können die mal untersuchen. Was war das nochmal? Äh, nee, okay. Es ist einfach nur eine eigenwillige Zigarette, die wir gemacht haben. Nichts Spezielles drin. Zigarette. Wir haben das Feuerzeug. Untersuchung Feuerzeug. Ja, genau. Wir haben das Feuerzeug noch nicht untersucht, ne? Mhm. Billiges, rotes Feuerzeug. Werbeaufdruck. Romero. Oh, okay. Ja. Untersuch mal das Handy, vielleicht. Ich weiß nicht, was wir jetzt damit noch machen können. Das Handy ist im Moment an. Mhm. Lease Handy oder was kann man? Ja, das ist irgendwie. Gewalt ist ja wiederum keine Lösung, von daher würde mir nichts einfallen, was man mit dem Handy machen kann. Das Einzige, was wir noch nicht wirklich versucht haben, ist das Feuerzeug. Und eine andere Idee wäre noch, in der Tageszeitung weiter zu blättern oder so. Haben wir das nicht schon gemacht? Naja, aber wir haben jetzt nicht versucht, das Feuerzeug irgendwie unter diesen Automaten zu halten, damit er verbrennt oder irgend sowas. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen. Aber wenn man die Haltestelle untersucht, sagt er ja auch nichts Neues, ne? Da sagt er einfach bloß, wie die Haltestelle, also der normale Text. Ja, genau. Okay, pass auf. Ach nee, zünde Plakat an haben wir auch schon gemacht. Genau, das ist gefährlich und wenig sinnvoll. Dass die Strahlen direkt vor deiner Haustür hält. Aber die Haustür gab es ja nicht. Nee. Können wir nicht laufen? Lauf. Du musst sagen, in welche Richtung du gehen möchtest. Das können wir machen. Bitte was? Lauf. Wer wird das jetzt gehen, ne? Weiß nicht, lauf. Zum Asmusplatz. Nee, lauf zum Asmusplatz. Oder steig in Bahn oder was? Nee. Lauf zur Polizei. Nee. Lauf. Ja, lauf irgendwo hin. Ich mache mal hier Norden, Süden, Westen, Osten. Ob da irgendwas geht? Nee. Hoch, runter. Naja, geht alles nicht. Es ist schon tausend Ohr. Aber wir kommen hier nicht weiter. Ich raff es echt nicht. Mahan. Halte, stell. Es kann nicht so schwer sein. Das Konzept Straßenbahn ist nicht so kompliziert. Aber das ist ein Bug. Also, nein. Guck mal, es ist doch ganz explizit. Die gesamte Wohnung ist leer. Unser Inventar wird geleert, damit wir nicht zu viel Krimskrams dabei haben. Das ist doch. Das raffen wir an dem Automaten nicht. Alles indiziert genau das, was wir alles korrekt gemacht haben. Aber leg Zeitung auf Fahrkartenautomaten. Nee, doch. Ach so. Leg. Auf. Genau. Ja. Naja. Dinge auf den Fahrkartenautomat zu tun, bringt vermutlich nichts. Lies Zeitung. Aber darunter oder was? Okay. Dahinter bringt irgendwas. Leg Zeitung unter Fahrkartenautomat. Wir brennen das Ding jetzt einfach an. Nee, das geht aber auch nicht. Schau und ich schau mal unter dem Fahrkartenautomat. Nee, da ist aber auch nichts. Neben? Ja, genau. Nimm Fahrkartenautomat. Das wäre sehr gut. Ja, der habe ich einfach gefunden. Ist fest, sagt er. Schalte Fahrkartenautomat ein. Ich schalte nochmal ein. So, bitte geben Sie Ihren Zielort ein. Fahrkartensystem 3000. Stopp. Um den Vorgang zu brechen. Gib mal ein Hallo. Diesen Satz habe ich nicht verstanden. Er ist auch kein Asmus-Wortplatz. So. Bitte werfen Sie drei Euro ein, um das Ticket zu drucken. Kurzstrecke zu Asmus-Platz. Ist das vielleicht ein Hinweis? Also, man könnte ja sagen, dass das Kurzstrecke ist. Soll implizieren, dass das nicht so weit weg ist. Und das heißt, wir könnten auch laufen. Aber es hat ja nicht funktioniert. Das Einzige, von dem ich zwar auch nicht glaube, dass es irgendwas bringt, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass wir tatsächlich irgendwas mit dem Kontrolleur machen oder der Seitenstraße. Aber ich glaube, einen Teil davon haben wir auch schon gemacht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist ein Bug. Irgendwas fehlt uns hier. Also, ich raffe es sonst echt nicht. Also, wir können nichts mit dem Automaten machen. Das ist irgendwie, also, wir können nicht treten, wir können nicht schlagen. Das ist so die ersten Action, die dir einfallen. Naja, wenn wir den kaputt machen, sollen schon. Also, das Display ist nicht mehr als Wort erwähnt, außer in dem Satz vom Kontrolleur. Geldschlitz ist auch nicht erwähnt. Geldschlitz wird auch nicht erwähnt. Oder, ich weiß nicht, untersuche mal Geldschlitz. Weiß nicht, hatten wir das schon probiert? Untersuche Geldschlitz. Ich glaube, wir hatten Münzschlitz, hatten wir. Untersuche Schlitz hatte ich ja auch schon mal. Machen wir mal Untersuche Display oder so. Untersuche Display, ja, gute Idee. Untersuche Automat. Ja, genau. Wir können den ja jetzt mal untersuchen. Nee, aber das... Aber warum steht da der einschaltbare Fahrkartenautomat? Für die Tür ist das schon mal so... Moment an. Fantastisch. Pass auf, wir machen das so. Wir sind ja eh schon ganz lange dabei. Wir schreiben jetzt live dem Christian hier eine E-Mail. Ja, Christian, du kriegst jetzt eine E-Mail. So. Ja, das wird er niemals hören, weil das wird keine Folge, die wir releasen. Also, sorry. Doch. Klar. Will doch kein Mensch hören, echt. Ja, hallo, unser Fahrkartendilemma. Das wird ein Klassiker, Falk. Das wird ein Klassiker. Das haben alle Menschen jeden Tag. Ja, eben. Guck mal, die meisten Comedians, ja, die machen ja irgendwelche Bits über Situationen, die alle kennen und deswegen sind die ja so erfolgreich. Aber das ist dann lustig, Simon. Ja, das ist, ja, aber es ist ja deswegen lustig, weil es halt jeder kennt und es ist, eigentlich ist es ja gar nicht so lustig. So, jetzt aber hier mal, wo ist denn, wo ist denn hier der, der Christian? Ach so, bei textlastig. So, pass auf. So. Und schreib nicht wieder dem Falschen. Ja, ich verstehe auch nicht genau. So, hier, pass auf. Christian. So, Reply. Lieber Christian. Schon mal falsch. Wieso? Wir sind hier zu 50 Prozent in Frankfurt. Da schreibt man einfach nur noch Gude. Nein. Wir schreiben, oh, jetzt kommt der blaue Kringel von Windows. Entschuldige, Windows, ich habe eine E-Mail schreit. Was ist jetzt? Wo ist es? Okay. Hallo? Da. So. Lieber Christian. Wir machen das so. Mit Freude spielen wir gerade dein Spiel. Leider. Falk, du musst jetzt mitmachen, ja. Was schreiben wir jetzt? Leider? Ich leide schon. Also, das ist live. Das ist live. Mit Freude spielen wir gerade dein Spiel. Denn müssen wir sagen, dass... Nee, Quatsch. Leider mag uns der Fahr... Ich habe es aber noch in Zwischenablage. Fahrkartenautomat nicht. Wir scheitern daran, irgendetwas in den Automat zu stecken, ihn anzuzünden, zu treten oder mit dem netten Kontrolleur zu sprechen. Punkt. W-T-F. Hilfe. Oder so, ja. Ähm, mit freundlichen Grüßen. Das ist schon mal nicht richtig. Mit Grüßen. Nein, freundliche Grüße. Wir sind freundlich. Simon und Falk. Nee, andersrum, ne? Falk. Das ist übrigens eine Sache, da bin ich mir irgendwo unsicher. Man nennt sich ja nicht zuerst. Jetzt schreibe ich aber diese E-Mail. Und die E-Mail kommt ja auch von meiner Adresse, ja. Das heißt, er bekommt eine E-Mail von Simon, aber dann steht da drunter mit freundlichen Grüßen Falk und Simon. Übrigens musst du mich auf CC setzen. Nicht auf 2. E-Mail 1&1. So, Punkt. Okay. Zack, senden. Okay, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben, ihr habt gehört, wir haben unser Nötigstes, Möglichstes getan. Das Nötigste und das Möglichste, ja. Wir haben es versucht. Und wir werden in der nächsten Episode dann hoffentlich nicht an diesem Automaten scheitern. Aber ich finde, das ist eine durchaus realistische Erfahrung. Denn wer sich schon mal mit diesen monströsen Monstrositäten des Fahrkarten-Business in Deutschland auseinandergesetzt hat, der weiß, dass dieser Struggle jeden Tag Millionen Leute betrifft. Ich wiederum möchte mich für diese Folge entschuldigen. Ja, da fällt mir aber auch nicht mehr ein, du. Das ist jetzt einfach, Mädels und Jungs, da müsst ihr durch. Ja, ich sag mal so. Wo sind wir hier? Wir sind bei 55 Minuten. Ja. Du hast ja so viele Stunden im Jahr und im Leben, da wird die Stunde jetzt auch nicht mehr fehlen. Vielleicht hat irgendwer dabei gebügelt oder so. Und wenn ist noch was Sinnvolles beigemacht. Hoffen wir es. Wir drücken die Däumchen. Ne, wir kreuzen die Finger oder was auch immer man macht, wenn man Dinge hofft. Wir ziehen die Fingernäger, glaube ich, sagt man. Ja, gut. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal, wenn wir einen Tipp bekommen haben. Ich glaube nicht, dass wir die wiederhören. Eieieiei, Simon. Bis später. Tschüss. Tschüss.